Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TBTV Shortcut. Wir schauen uns heute mal ganz kurz und knackig die Miniaturen von Studio Miniatures an. Und zwar Studio Miniatures hat ja eine eigene Zombie-Reihe. Also nicht nur Zombies, sie haben auch noch andere Sachen, zum Beispiel die Ritter der Kokosnuss. Aber wir haben hier zum Beispiel einige Blister mit Zinn-Miniaturen. Und sie haben eine wirklich tolle Zombie-Plastik-Box. Und wir haben hier, ich glaube, 60 Zombies aus Plastik. Da gucken wir uns gleich mal die Gussrahmen an und gucken, was wir daraus bauen können. Und wir gucken uns mal die Metall-Blister an und vergleichen die direkt mit The Walking Dead und Project Z-Miniaturen. Ja, so sieht es aus, wenn wir die Box aufgemacht haben. Wir haben hier 15 Mal den gleichen Gussrahmen drin. Und wir haben hier entsprechend viele Bases von Renedra dabei. Die Flach-Bases. Ich bin ein großer Freund von diesen Flach-Bases von Renedra. Und ja, natürlich. Wir haben hier 15 Mal den gleichen Gussrahmen. Das ist bei Zombies aber gar nicht schlimm. Wir haben hier vier verschiedene Oberkörper. Wir haben dazu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Armpare. Und wir haben acht verschiedene Köpfe. Das heißt, wir haben hier schon einiges an Variation. Und auch die Qualität, muss ich sagen, ist jetzt gar nicht schlecht. Man muss jetzt nochmal schauen, wie sie zusammengebaut aussehen. Aber ich denke, das wird nicht schlecht aussehen, weil wir halt wirklich passende Arme zu den Körpern haben. Die Köpfe, das sieht auf dem ersten Blick sehr gut aus, dass das alles zueinander passt. Das hatten wir ja bei den Project-Z-Plastik-Miniaturen. Da muss man schon darauf achten, dass auch die Arme entsprechend zu den Miniaturen passen. Das haben wir hier nicht. Hier ist es wirklich sehr generisch gehalten. Natürlich haben wir hier einmal nackte Arme und einmal bekleidete Arme. Aber auch hier kann man locker eine Weste draus machen oder auch eine Jacke. Von daher, wir haben hier vier verschiedene Oberkörper, sechs verschiedene Armpare und acht verschiedene Köpfe. Ja, hier haben wir jetzt mal einen direkten Vergleich. Wir haben hier einen Zombie von The Walking Dead. Hier haben wir einen von Studio Miniatures. Und wir haben hier einen von Project Z. Man sieht auf den ersten Blick natürlich, sie sind schlanker wie die von The Walking Dead. Das liegt aber auch daran, weil wir bei The Walking Dead wirklich einen Comic-Stil haben. Sie würden aber definitiv sehr gut zu den Zombies von Project Z passen. Studio Miniature macht aber nicht nur Plastikmodelle, beziehungsweise diese Plastik-Zombie-Box ist tatsächlich das Einzige, was sie an Plastik herstellen. Normalerweise stellen sie ihre Miniaturen in Zinn her. Ihr kennt diese Miniaturen, wer es gesehen hat, vielleicht schon aus dem Strange Aeons-Bericht. Das sind also Studio Miniatures-Miniaturen. Hier haben wir eine Project Z-Survivor und hier haben wir Negan aus The Walking Dead. Wie auch schon bei den Zombies, klar, die Survivor sind auch hier etwas bulliger, comichafter gestaltet. Und zu Project Z passt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ich denke mal, gerade bei Zombies kann man auch super bei The Walking Dead verwenden. Studio Miniature hat auch viele Miniaturen im Angebot. Ja, die kennt man einfach aus Film und Fernsehen. Und gerade halt auch bei The Walking Dead haben sie einfach schon Charaktere hergestellt, die es bei The Walking Dead noch nicht gibt. Wie hier zum Beispiel Daryl Dixon. Klar, im Comic kommt er auch einfach nicht vor. Deswegen wird er auch nicht bei The Walking Dead erscheinen von Mantic. Vielleicht kommt er nochmal als Sonderminiatur, weil einige es sich wünschen. Aber wir haben hier zum Beispiel Herschel. Herschel wird definitiv auch von Mantic kommen. Aber hier haben wir die Miniaturen von Studio Miniature einfach schon da. Und ihr werdet noch, ja, viel mehr weitere Miniaturen von denen dort finden. Gerade die ganzen Charaktere findet ihr bei Studio Miniatures. Aber wir haben auch andere Film- und Fernsehbekanntheiten. Hier haben wir zum Beispiel die bezaubernde Genie mit einer schönen Baseballkeule. Und zum Beispiel auch Bruce Lee. Und auch dort hat Studio Miniature viele weitere Bekanntheiten. Und ja, sie heißen nicht mit ihrem normalen Namen. Wir haben zum Beispiel hier die bezaubernde Genie. Heißt dort einfach mal Barbara. Ja, hier haben wir noch eine sehr witzige Sache. Wir haben hier eine Hochzeitsgesellschaft komplett auf Zombie getrimmt. Wir haben hier einen Pater, die Eheleute und die zwei Brautjungfern. Beziehungsweise wahrscheinlich auch die Kinder der beiden. Alle fünf in Zombie-Montur. Auch das findet ihr bei Studio Miniatures. Oder auch, wie wir es eben gezeigt haben, die Weihnachtselfen und den Weihnachtsmann. Studio Miniatures hat da auf jeden Fall noch einige coole Sets am Start. Ja, schaut euch da am besten mal um. Und ich denke mal für das eine oder andere Szenario oder auch für eine bestimmte Mission sind diese Miniaturen super. Ja, Studio Miniatures ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Firma, die es in Deutschland bislang noch nicht so in die Shops geschafft hat. Allerdings kriegt ihr auch diese Miniaturen inzwischen bei den Tabletop-Affen, also bei Tabletop-Gorilla. Die haben inzwischen schon viele Sets und Blister im Angebot. Und auch bei Battlefield Berlin werdet ihr auf jeden Fall fündig. Schaut euch die Miniaturen einfach mal an. Sie sind super, kann man super für The Walking Dead verwenden, für Project Z oder auch viele weitere Palp-Spiele. Auch gerade für Strange Aeons kann man einige Charaktere super nutzen. Oder für Seven TV oder, 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 oder. Alles, was so in diesem palpigen Bereich spielt oder im modernen Bereich. Haben die super tolle Miniaturen. Also schaut euch die Miniaturen an. Die Qualität ist super. Ich mag die Zinnfiguren. Die Plastikminiaturen sind vielleicht ein bisschen schlank, ein bisschen klein. Aber bei 60 Zombies, pfff, völlig egal. So, das war's zum Studio Miniatures Shortcut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.